Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, die begrüße euch zu einer weiteren Folge Eurotraxenmonator 2 unterwegs mit dem Gliederzug und wir werden heute mal was ganz besonderes machen, was natürlich werden wir gleich sehen. Ja, wir sind hier auf Corsica und wir werden es natürlich gleich sehen, wir werden es aber gleich versuchen umzusetzen und zwar das rückwärts einparken mit einem Gliederzug. Hm, das geht mächtig in die Hose und deswegen habe ich mir auf jeden Fall eine Strecke genommen, die nicht ganz so weit ist, weil ja 122 Kilometer, das wird, denke ich mal, ordentlich in die Hose gehen. Oh, wir sollten mal einen Gang rein machen, bevor wir losfahren. Ah, komm Baby, fahre Bus. Ja, mit dem Bus müssen wir auch immer wieder unterwegs sein. Gleich hier drüben lang. Ah, das ist einfach nur herrlich, mit so einem Gliederzug unterwegs zu sein, finde ich immer wieder sehr, sehr spannend. Und schaffen wir es noch? Ja. Jetzt war ordentlich Verkehr hier, ne? Also, der lässt mich gut, alles klar. Uiuiuiui. Na, 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 na. Okay. Ähm, ich will es erstmal, ja, versuchen. Ich gucke mal, wie die Abladestation ist. Wenn nicht, dann suchen wir uns einfach mal eine Gegend, wo wir vielleicht mal rückwärts, äh, irgendwo, äh, was ist mit dem los? Wo wir dann den mal um die Kurve lenken, ich habe es ja schon mal erklärt, dass ich, ähm, das mal konnte. Aber ich würde es mir jetzt nicht mehr, äh, so zutrauen, dass ich das, äh, irgendwie nochmal hinkriege. Wir werden dann gucken, jetzt sieht man die Front, oder die Seiten, alles glatt. Und dann werden wir alles, äh, mit öffnen, schließen, öffnen, schließen, ja, ja, ihr wisst das. Die der LKW-Führerschein gemacht haben, die kennen das wahrscheinlich. Ach, schön. Los geht die wilde Fahrt. Wir haben ja nur ein paar Kilometer, dann kann ich mich noch ein bisschen ausruhen. Bevor ich dann verzweifelt versuche, den Auflieger richtig einzuparken. Oh Gott, ich habe schon ein bisschen die Hosen voll. Viele von euch werden das vielleicht auch schon mal probiert haben. Ich habe ja schon manchmal Probleme mit den Aufliegern. Ja, weil ich nicht geduldig bin, da muss ich wirklich zugeben, ich bin nicht geduldig. Ja, wenn das beim ersten, zweiten Mal nicht richtig so hinhaut, dann, ähm, ja. Es ist auch bei anderen Spielen, wo ich sehr oft das wiederholen muss. Und ich dann eigentlich durch meine, naja, ungeduldige Art, manchmal ein bisschen, ja, kontroproduktiv, dann nochmal alles, ja. Man muss irgendwo einen Gegner bekämpfen und, ähm, mit einem komischen Schwert oder weiß der Geier. Ja, und ich den passenden Moment dann einfach immer wieder verfehle. Und ich, ähm, ja, immer wieder von vorne anfangen muss oder einen gewissen, ja, Safe Point, der ziemlich weit weg ist. Und ich muss dann wieder langlaufen und wieder langlaufen. Und das ist halt so, ich könnte so ein Shikuri oder, wie heißen die nochmal, Dark Souls spiele. Ähm, nein, da bin ich, äh, komplett raus. Das ist, äh, nicht gut für meine Nerven. Dann fahre ich lieber eine Runde LKW und, äh, versuche da mal seine, äh, eigene Herausforderung zu suchen. Ja, eine Herausforderung. Oh, 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 rechts reinfahren? Nee, weg, weg ist er. Ah, gut. Ach, ist das herrlich. Das sind wirklich schöne Strecken hier oben in der Insel hier, Corsica. Sehr, sehr hübsch. Hier los. Ey, sag nicht, hier ist noch... Ja, ist das geil. Wir haben hier ein Reinigungsfahrzeug. Ey, wie geil ist das denn? Wir haben hier ein Reinigungsfahrzeug. Und ich fahre hier mit einem LKW und versuche... Ey, wie geil ist das denn? Ey, was ist denn das für ein Mod? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ey, wie... Ich feier das gerade. Ich weiß, das ist nicht die feine englische Art, jetzt hier zu überholen. Oh, weil schon... Ach, der hält an. Guter Junge. Guter Junge. So, wie viele Kilometer haben wir noch? Wir haben noch 100 Kilometer. Ach du Scheiße. Sag mal nicht, wie es... Aber die 100 Kilometer sind schon ordentlich... Ordentlich viel, ne? Bei den Strecken hier. Wir müssen es ausprobieren. Ja. Gut, für die Ungeduldigen, die skippen wahrscheinlich nach vorne und ich bin total verzweifelt. Aber nein, das macht ihr nicht. Ihr guckt gefälligst das Video richtig. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber solche Sachen, so wie so ein Reinigungsfahrzeug oder ein Müllfahrzeug, was wahrscheinlich den Müll abholt und man quasi irgendwo da hinterher dödeln muss. Ach so, der Innenraum ist ja jetzt so oldschool-Enderung mit dem Holz. Das mag ich ja gar nicht. Ich habe aber den Tag mal so einen Bericht gesehen über die... Äh... Was wollte ich jetzt sagen? Die Fahrzeuge, die sie gebaut werden bei... War das Wörterwesen? Bei Mercedes-Benz? Bis da alles abläuft. Ich war aber schon ziemlich müde. Ich habe nur eine Zahl jetzt noch so mitbekommen. Ich glaube, waren es 400 LKW am Tag? Und sieben... Ne, vier Liter an Lackierungsfarbe wird benötigt. Also nur die ganze Lackierung der Grundierung ist ja da vorne. Brau. War mal ganz interessant zu sehen, bis da alles abläuft. Wenn der Riesenmotor da reinkommt und... Ah ja. So und so viel. Hunderte Versionen. Hier ist nochmal ein Reinigungsfahrzeug. Naja, hier geht es aber ab. Alter, habe ich mir aber auch eine ganz schöne Strecke hier ausgesucht. Ich dachte, ich bin hier... Hier noch ein bisschen anders unterwegs. 67 Kilometer noch. Man täuscht sich oder lässt sich sehr schnell hier täuschen, ne? Was ist jetzt hier los? Aber Freunde, ich habe mir schon so eine kurze Strecke hier gesucht. Und irgendwie ist das... Ach, hör auf. Was ist jetzt los hier? So bleibt der Zug jetzt hier stehen. Wahrscheinlich war der andere noch nicht auf den Abstand, äh... Sollen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Meine Güte. Heute ist ja wirklich die Ratsche nur Wurm drin, ne? Aber so ist das nun mal auch, ne? Das ist ja... Du fährst... Ich war den Tag... Ich war zu meinen Eltern gefahren. Und... Also zur Mutter. Vater liegt ja noch im Krankenhaus. Und wird noch länger da drinnen liegen. Ja, so ist das. Ich habe da schon mal was... Oh, Katze. Ich habe darüber schon mal was gebracht. Und... Da muss man ja ab und zu mal hinfahren. Gewisse Sachen erledigen. Und... Oh, wirklich. Immer wieder waren die Schranken unten. Dann... Dann waren irgendwelche Bekloppten vor einem. Mit dem... Mit dem Auto. Gerade wenn du dann... Im Spreewald durch Burg fährst. Da sind halt... Du musst halt dummerweise auch da nur eine Baustelle sein. Dann denkst du... Oh, das kann noch nicht wahr sein. Und wenn ihr denn selber noch ein Kind irgendwie... Drinnen zu sitzen habt, ne? Und... Wie das dann irgendwie... Irgendwann will sie die Beine lang machen raus. Dann fangen sie an rumzuquengeln, ne? Und dann wird man ja selber auch ein bisschen nervös. Und dann eierst du und eierst und eierst. Und dann denkst du... Oh, hoffentlich bist du gleich da, oder... Kannst du an den Weg gern wieder zurückfahren, ne? Ei, ei, ei. Oh. Polizei hat er noch mal. So, jetzt sind wir bald da. Und ich bin echt gespannt, was wir einen Abladepunkt hier bekommen. Wie wir... Unsere Fracht... Wie das alles so läuft. Das sind aber auch Straßen hier, ey. Bin mir da auch schon zu hören. Ich glaube, da bin ich... Bei so einem Gegenden... Bin ich lieber mit... So einem Sattelauflieger unterwegs, als mit so einem Gliederzug. Oder besser gesagt... Ich glaube, der ist aber auch nicht ganz so lang, ne? Der dürfte nicht ganz so lang sein. Ich glaube, 18,75 Meter darf... So ein Gliederzug... Maximal sein? Ist das länger oder ist das kurzer? Ist das jetzt gar nicht. Auf jeden Fall muss man da ein bisschen mehr... Gefühl haben... So ein Gerät einparken zu können. Da kann nicht jeder Halopei. Also ich kann es nicht mehr. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Boah, ich merke jetzt schon, dass mein Puls langsam anfängt zu steigen. Und mein Puls! Aber das haben wir ja auch geübt beim Bunt immer rückwärtsfahren. Selbst dieses gerade rückwärtsfahren. Gibt es da einmal zu viel Gas? Da hast du den Anhänger so blöde hingestellt, dass du eigentlich nur eine Chance hattest, wieder Bautsgang rein und ihn wieder gerade zu ziehen. Das ganze Gespann hier. Auch schön hier. Man muss ja auch sagen... Man hat dann in der Einheit, wo ich dann war, bin ich vielleicht dann noch ein paar Mal 10, 17 gefahren, aber immer ohne Anhänger. Und dann habe ich mich immer nur für den Unimog entschieden und dem bin ich... Hatte ich da jemals einen Anhänger dran? Hobe nicht. So, wir sind gleich da. Okay, Freunde. Was ist das für eine Station hier? Hier drüben. Okay. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ach, ey, das ist ja so eine blöde Parkmöglichkeit hier. Ich habe schon keine Lust mehr. Ich kann gar nicht so. Oh, ey. Ist ja richtig aufsetzend. Pass auf, wir versuchen mal, hier rückwärts reinzufahren. Wir probieren es mal. Ich habe das schon mit Absicht so gemacht. Also ich würde jetzt intuitiv erstmal so machen. Nee, falsch rum. Öffnen, schließen. Warte mal. Jetzt sehe ich nichts. Soll ich hier gucken. Ah, Mann. Ja, siehste. Ähm, was? In dem Moment, wo man hier rückwärts rangiert, dürfte die Kamera nicht mitgehen, weil man irritiert sehr schnell. Oh, Rückwärtsgang. Wieder zurück. Wieder zurück. Wieder schließen. Bis zur Ecke und dann einfach gerade halten. Jetzt Lenkrad. Ah, Mann, 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 Mann. Komm, 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 komm. So, noch ein bisschen rumdrücken. Noch ein bisschen weiter rumdrücken. Wieder zurück. Das ist die Piepe, geht Ihnen auf den Sack. Was mache ich? Warte mal. So, warte mal. Wir müssen mal aussteigen. Wir müssen mal gucken hier. Ach, ja, 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 ja. Maximus, Maximus, Maximus. Eieieiei. Das ist ja schon wieder... Komplettversagung hier. Aber ich war schon richtig drin. Also ich hätte... Aber warum ich jetzt die... Das hier so verkackt habe, das ist jetzt auch nicht. Nein, 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 nein verdammt das ist jetzt wieder wieder hier also nicht gut gemacht jetzt bis jetzt also sieht noch nicht gut aus sagten der einweiser ja glaube ich könnte den noch mal jetzt zurück machen security ein parken wie meister wird noch mal rein naja wer ist denn jetzt schon mal richtig rumgedrückt oh er wurde aber schon man macht zu doll ne scheißen dreck der kruzifixi so echt morgen weil schon mir lenkt mal wieder ach hör doch auf gleich wieder zurück wo kann ich jetzt gucken hier wo bin ich jetzt himmelsacker leg ich krieg das nicht hin mensch wir machen es mal jetzt von außen vielleicht geht es ja von außen besser für mich jetzt dass ich hier schneller irgendwie reagieren kann mit lenken falsch gelenkt aber warte mal ich denke immer falsch rum man muss dann anders denken ich glaube das ist ja das problem na naja maximus der einpark meister ich glaube ich habe ein problem justen alles klar wir machen so nein ich wollte nicht so wir müssen wir müssen jetzt ein bisschen anders agieren es ist ich habe ein problem ich habe hier im vorunkel am arsch hier über lustig aus einparken wir maximus ja so einfach ist es gar nicht hier irgendwie den lkw wieder gerade zu bringen aber wir kriegen sind wir kriegen sind wir haben werden dafür haben wir jahrelang geübt woher sagt dann wenn ich jetzt hier auf fahre nee dann muss ich muss ich wirklich so machen ihn wieder so hinstellen und das ist es ja wahrscheinlich sind solche sachen die probleme das richtig hinzubekommen aber okay wir werden es auf jeden fall eins nehmen wir auf jeden fall mit ne ich habe es nicht hinbekommen wir können es natürlich alle probieren und versuchen ja mit dem gliederzug rückwärts rein zu fahren aber mir fehlt dann auch so die geduld muss ich ehrlich sagen im echt ist es auch noch ein bisschen was anderes weil du man merkt dann halt das fahrzeug wie der denn hinten so ein bisschen anstößt und so wie der anhänger sich denn so ein bisschen bewegt man braucht viel übung erfahrung bisschen skill und alles habe ich nicht ich konnte es mal aber wie gesagt ist schon 100 jahre her gut für alle die regelmäßig mit dem gliederzug fahren wo sie gehen raus ihr seid die profis des einparkens denke ich mal mit so was er wäre das kann genauso kann man ja auch sagen in der landwirtschaft fahren ja dann auch solche anhänger und die müssen sie auch kennen rückwärts mit so einem geschoss fahren gut aber jeder an kenntnisreicher ich habe es nicht drauf aber egal nur lag nur skill wir machen jetzt hier feierabend und ich hoffe das hat euch gefallen und wir sehen uns natürlich dann beim nächsten video wieder ich sage haut rein macht's gut bye-bye